Hallo zusammen, mich ist wieder heute, ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich schon auf dem Twink auf Arator unterwegs und hier hätte ich ein Item gefunden, was ich gerne haben würde und zwar haben wir einmal aus dem Gewölbe der Inkarnation aus dem LFR einmal Schultern und zwar Kette und die Tütenwein kosten jetzt hier 100k aktuell. Und ja, das ist eins der wenigen Items, die mir tatsächlich noch fehlen, die muss ich jetzt mal noch rüber traden auf einen Kettenschar und dann schauen wir mal, ob wir die eventuell noch in den Katalysator packen können, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen extra T-Mock raus. Juti, jetzt haben wir das Item auf dem Shami, ganz wichtig, bevor wir das jetzt in den Katalysator packen, müssen wir es einmal anlegen, ich habe es auch schon mal verkehrt gemacht, ihr seht hier der Minimal-Sofortkaufspreis sind sonst fast 700.000, aktuell läuft halt keiner mehr Gewölbe und vor allem LFR nicht. Ich hätte jetzt natürlich auf nächste Season warten können, aber ich dachte mir, komm, das ist eins der letzten, die mir fehlen, das setzen wir jetzt hier mal ein. Und bevor ich es jetzt umwandele, tragen wir es in meine Liste mit ein und zwar haben wir die hier einmal. Jetzt gucken wir mal, das müsste das letzte LFR-Teil sein, heißt, das können wir jetzt rausschmeißen. Dann haben wir jetzt noch zwei, sind es noch 14 Items, die ich quasi ingame brauche und, achso, da ist noch das von letztem Mal drin, das schmeißen wir hier mal alles raus. 100k und haben dann einmal hier den Mantel. Gut, und jetzt können wir das Teil auch noch in den Volt packen und dementsprechend noch quasi umwandeln in ein Tier-Set und dann haben wir da nochmal ein extra Teil. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, was wir sonst noch so finden. Dann sind wir als nächstes auf Ragnaros und da habe ich nochmal ein Teil aus dem Volt gefunden und zwar am Schienen des Primalisten-Wächters so rum. Und das kostet hier 140k, ist einmal aus dem Mythic-Rate und, ja, das würde ich sagen, kaufen wir jetzt hier an der Stelle mal. Und dann muss ich mir mal gucken, dass ich es auf irgendeinem Plattenschal rüber bastle und dann können wir es eventuell auch nochmal in den Volt stecken. So, ich meine natürlich hier den Katalysator, nicht den Volt. Und, ja, jetzt können wir das Ding erstmal lernen. Und dann tun wir das einmal kopieren und danach packen wir es hier in den Katalysator rein für noch ein weiteres T-Mock-Teil. Dann kriegen wir nämlich die Mythic-Katalysator-Version und haben dann quasi zwei T-Mocks für den Preis von einem. Und, ja, juti, dann tragen wir das natürlich auch noch in die Tabelle ein, beziehungsweise aus. Also, jetzt gucken wir mal, da haben wir das Ding, das war jetzt hier die Mythic-Version. Ah, da können wir die ganze Zeile sogar rauslöschen. Und dann sind es jetzt noch 13 Items und hier haben wir das für 140k gekauft. Als nächstes bin ich hier auf Draenor unterwegs und da habe ich jetzt ein schickes Item gefunden und zwar Irderner Kuras des Kämpfers. Und, ja, das kostet hier quasi 100.000 Gold, ist für ein Item aus dem Volt tatsächlich halbwegs günstig, sonst liegen die deutlich höher. Und, ja, ich würde sagen, das Kaufen uns ist einmal Lederbrust quasi aus dem Mythic-Modus. Das ist eins der wenigen, die ich tatsächlich noch brauche. Schau mal, wir sind hier auf Draenor, einem der vollsten englischen Server und wie wenig Items hier noch drin sind, die ich überhaupt noch quasi brauchen kann. Also, das ist wirklich sehr, sehr übersichtlich mittlerweile. Gut, jetzt traden wir das rüber. Ich werde es aber nicht mit dem Druid lernen, sondern wir machen das mit einem Rogue. Denn ich habe jetzt geguckt, im Gewölbe, das ist ja aus dem ersten Rate, hier habe ich das Mythic-Set schon fertig. Auf dem Rogue habe ich da mit Sicherheit nichts gemacht. Dementsprechend könnte ich mit dem Schurken auch noch das in den Kartellisator packen und ein zusätzliches Thema kriegen. Genau. So, also, jetzt gucken wir das mal auf den Schurken und gucken gleich mal. So, also, ich bin auf meinen Schurken umgelockt. Jetzt können wir das Ding einmal lernen mit dem. Und dann packen wir das hier in den Kartellisator rein. Dann müsste ich eigentlich, genau, hier das Mythic-Set kriegen. Wunderbar. Wunderbar. Dann haben wir, achso, ich dachte mir jetzt gerade, heu, warum ist da kein Set-Bonus drauf? Aber das ist ja das Grund-Item, ne? Das wandeln wir quasi um. Genau. Okay, dann haben wir quasi jetzt zwei Items rausgezogen. Dann tragen wir es jetzt auch noch hier in meine Liste ein, beziehungsweise aus. Also, das ist jetzt hier gleich das oberste. Das können wir einmal rauskegeln. Ich habe übrigens hier in der Medrasil auch nochmal ein Mythic-Teil rausgekriegt, das ich jetzt letztens gekauft habe, ne? Das ich abgegradet habe. Dieses Item, was ich mit dem Hunter gelernt habe. Habe die zwei M-Plus-Keys auf 16 gelaufen und habe das dann damit auch rausgekriegelt. Gut, jetzt brauchen wir auf dem Vault noch quasi drei Mythic-Items und ein HC. Das sind insgesamt vier. Und aus der Medrasil sind es noch vier im HC, äh, ne, vier im Mythic und zwei im HC. Okay, insgesamt nur elf Items. Also, jetzt wird es langsam. Und hier können wir das jetzt noch mit eintragen. Also, das hat mich jetzt 100.000 gekostet. Und ja, dann gucken wir mal weiter, was wir noch zu finden. So, als nächstes bin ich jetzt auf meinem Main. Und da habe ich ein paar Sachen gekauft. Und zwar hier die Trolltafel. Ich habe 300 Stück gekauft. Insgesamt hat mich das jetzt hier 110.000 gekostet. Ähm, ich bin nämlich aktuell dran, mir Zinnrock zusammenzubauen. Und ich dachte mir, ja, jetzt sehe ich gerade einige Tafeln halbwegs für einen okayen Preis. Die waren jetzt die letzten Tage immer so auf 500 aufwärts. Jetzt waren die bei ein bisschen über 300. Jetzt dachte ich mir, komm, ich kaufe mir mal ein paar von den Dingern. Wenn ich es dann quasi nicht so viele brauchen sollte, dann kann ich es immer noch zurück ins Haar hauen. Aber jetzt dachte ich mir, holen wir uns mal 300. Die lagere ich jetzt mal ein. Und dann, wenn ich sie brauche, kann ich quasi die Tafeln benutzen, um dementsprechend Trollrelikte zu vervollständigen. Und mir da vielleicht das ein oder andere an diesen Artefaktbruchstücken zu sparen, ne. Also ich würde sagen, das tragen wir jetzt auch ein. Ja, war jetzt nicht ganz günstig, aber zumindest haben wir jetzt einen guten Vorrat. Das waren jetzt 110.000 und ein paar Zagte. Und wie heißen die Dinger? Irgendwas mit Trolltafeln, ne. Tragen wir uns immer ein. Trolltafeln, genau. Also ich denke mal, 300 müssten jetzt erstmal genug sein. Und dann sind wir jetzt bei 450k. Als nächstes bin ich auf Bloodhoof. Und da habe ich einen schickigen Kopf gefunden. Einmal Platte aus Amedrasil. Und der ist hier für 100k drin. Den werden wir einmal kaufen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, mit welchem Cha ich den quasi lernen werde. Denn im Optimalfall muss ich noch ein paar Marken farmen, also die Aspektmarken, um den dann dementsprechend auch noch auf Mythic abzugraden. Da muss ich mal gucken, mit welchem Cha ich das mache. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal den Grundhelm. Und dann gucken wir mal, dass wir den vielleicht noch einmal abgegradet bekommen. Ich würde sagen, wir können den aber schon mal in die Liste eintragen. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir sie. Gut, also den Helm haben wir hier einmal. Und den packen wir hier mit rein. Also den für 100.000 Gold. Als nächstes sind wir jetzt auf Blackrock. Und da habe ich jetzt das letzte HC-Item gefunden, was ich noch brauche. Und zwar haben wir hier einmal die Stoffschultern. Und das ist wieder aus Amedrasil. Kaufen wir jetzt auch mal. Und bei dem mache ich es genauso wie bei dem anderen. Das wird ja dementsprechend erstmal die Marken mit einem Cha holen. Und dann lege ich das erst an. Dann kann ich es nämlich eventuell gleich noch auf Mythic upgraden. und habe wieder zwei mit einer Klappe geschlagen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Gut, dann würde ich sagen, tragen wir das noch mit ein in meine kleine Liste. Und jetzt gucken wir mal, wo haben wir sie. So, dola. Also. Das waren jetzt 120.000. Und dann sind wir schon bei 670.000. Als nächstes sind wir jetzt auf Kazak. Und hier möchte ich die Mythic-Schuhe kaufen. Und zwar haben wir hier einmal aus Amedrasil Mythic-Plattenschuhe. Und ja, die fehlen mir jetzt tatsächlich schon noch. Da habe ich die HC-Variante anscheinend schon mal irgendwann gekauft gehabt. Und die in den Katalysator schon gepackt, ne. Um dementsprechend das Setteil zu kriegen. Deswegen kaufe ich jetzt hier direkt das Mythic-Ding. Und ja. Das werde ich wahrscheinlich auf meinen Worry rüber traden. Dann können wir das andere Plattenteil eventuell auch gleich lernen. Weil der hat auch ein paar Marken, da habe ich nachgeguckt. Zwar keine Aspektmarken. Aber zumindest hat er die Würmennarken. Und ja, da muss ich jetzt noch irgendwie gucken, dass ich die Aspektmarken quasi kriege. So, das tun wir jetzt mal rüber schicken. Und dann können wir das hier einmal eintragen. Also das waren jetzt 170k. Und hier können wir das dann auch... Halt, stopp. Das wollte ich nicht. Hier können wir das schon mal rausschmeißen. Also, da haben wir dann einmal die Mythic. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier auch noch kriegen. Die Kordle Mythic. Ob ich die nur irgendwo günstig kriege. Die habe ich ja jetzt vorhin gerade gekauft. Die trage ich jetzt mal noch nicht aus. Weil ich die dann erstmal noch auf Mythic hochkriegen will. Aber Ziel ist es halt jetzt, dass wir das hier auch noch kaufen. Im Mythic. Und dann ein paar M+. laufen. Um die zwei Sachen, die ich mir vorhin gekauft habe, noch abzugraden. Dann haben wir nämlich Amir Drasil schon mal fertig. Das ist so ein bisschen die Zielsetzung. So, jetzt bin ich mal auf den Warrior rüber geswitcht. Und da habe ich jetzt die zwei Sachen, die wir vorher gekauft haben. Einmal den Helm und einmal die Schuhe. Die Schuhe können wir jetzt direkt schon mal anlegen. Und auch in den Katalysator reinpacken. Dass wir hier auch direkt das Setteil noch mitnehmen. Dann haben wir zwei T-Mocks quasi für den Preis von einem. Und den Kopf, den kann ich jetzt theoretisch mit ihm auch schon anlegen. Wandle ich bloß nochmal ein anderes Tierteil um. Dass wir ein Vierer-Set behalten. Denn den darf ich noch nicht upgraden. Beziehungsweise nicht in den Katalysator packen. Weil ich muss es vorher upgraden. So rum. Genau. Also Kopf haben wir jetzt auch. Dann können wir den eigentlich jetzt auch aus der Liste rauskegeln. Und zwar, wie hieß der jetzt nochmal? Das ist die Maske, ne? Also die Maske können wir austragen. Das ist jetzt hier im HC. Und dann muss ich jetzt noch mal gucken, auf was für einen Stoff-Char ich die HC-Stoffmaske anlege. Aber da kaufen wir jetzt vorher dann nochmal das Mythic-Teil hier. Dass das dann auch weg ist. So, dola. Jetzt habe ich auf Ereda hier noch das letzte Mythic-Teil gefunden. Naja, zumindest noch knapp 100-200k ist das Ding. für, ja, 199.999 Gold. Also 200k im Endeffekt. Und das kaufen wir uns jetzt einmal. Und das Ding müssen wir dann auf meinen Stoff-Char... Holt, wo ist das jetzt nicht raus? Ah ja, jetzt haben wir es. Das muss ich jetzt auf meinen Ali Stoff-Char rüberkriegen. Der jetzt noch diese Marken hat. Und, ähm, dann würde ich sagen, tragen wir das jetzt aber hier schon mal ein. Und, ja, hier, das kann ich schon mal raus. Das ist die Kordel. Und dann tragen wir die hier mal ein mit 200.000. Dann haben wir jetzt auch schon die Millionen wieder voll, wie ihr seht. Geht relativ zügig. Und der Plan ist jetzt quasi... Also das muss ich dann auch noch lernen. Und dann brauche ich eigentlich nur Marken. Und kann die beiden, wie gesagt, noch auf Mythic upgraden. Und dann müssten wir hier, äh, Tutti Kompletti durch sein. Also das sieht zumindest dann halbwegs gut aus. Gut, jetzt schicken wir das mal rüber. Und dann schauen wir weiter. Gut, jetzt habe ich die zwei Items hier auf dem Hexer. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal beides an. Oh, ich habe den Sound nicht an mit dem Account. Jetzt sehe ich das gerade. Warte mal, machen wir den Sound aus. Also das erste Thema kann man schon mal bekommen. Und das zweite legen wir auch noch an. Und ja gut, also das hier darf ich noch nicht in den Katalysator packen. Das andere kann ich jetzt direkt in den Katalysator reinstecken. Dann kriegen wir hier quasi das zweite Item noch raus. Und wie gesagt, bei dem anderen muss ich jetzt halt erstmal noch ein paar Marken farmen. Ich habe geguckt, bei dem habe ich halt genug Würmmarken, ne. Aber man kann quasi mit Würm auf drei beziehungsweise vier hochbasteln. Und dann braucht man halt nochmal 15 Aspektwappen, um auf fünf das zu erhöhen, um das Mythic T-Mock quasi auch noch zu bekommen. Dann würde ich sagen, schmeißen wir jetzt hier das auch raus. Und ja, jetzt sieht es gut aus. Jetzt sind es noch insgesamt sieben Items. Und dann sind wir tatsächlich auch schon durch mit dem Ganzen. So, Udala, ich habe mir jetzt mit dem Hexer hier im M-Plus noch fix die Marken zusammengefarmt. Und zwar haben wir jetzt 24 Wappen, das Aspekt. Und dementsprechend können wir jetzt das Teil upgraden. Und zwar das hier. Das wollen wir einmal auf fünf upgraden. Und dann müssten wir jetzt auch das Mythic T-Mock haben. Und jetzt kann ich das neuen Katalysator packen und kriege die Mythic Schultern. Ich habe sogar im M-Plus auch nochmal Schultern gekriegt. Heißt, ich müsste auch die HC-Schultern kriegen. Das ist eigentlich ganz gut gelaufen, dass ich mir da quasi beides holen kann. Gut, jetzt gucken wir mal. Also, zum Katalysator einmal hin. Das ist jetzt auf fünf. Das können wir jetzt gleich mal reinpacken. Dann kriegen wir jetzt schon mal die Set-Schultern von Mythic Modus. Und wenn ich die noch reinpacke, ähm, dann müsste ich jetzt auch... Moment, warum steht der jetzt hier gesammelt dran? Das ist jetzt komisch. Das ist jetzt komisch. Äh, jetzt packen wir sie trotzdem mal rein. Ach nein, die muss ich noch eine Stufe upgraden, weil das jetzt noch normal ist. Ah, okay. Da muss ich jetzt nochmal zurück und noch, äh, quasi, ähm, einmal einen Upgrade draufhauen. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen vercheckt. So, also jetzt nochmal zurück hier. Das müssen wir einmal upgraden. Das kostet mich jetzt auch natürlich nichts. Und jetzt habe ich quasi auch das HC-T-Mock. Also jetzt schauen wir nochmal rein. Genau, also hier HC-Schultern und Mythic-Schultern. Und quasi haben wir die Schultern jetzt auch, ähm, tut die Kompletti hier raus. Und dann können wir die hier auch rausnehmen. Also die können wir einmal löschen. Juti, dann bin ich jetzt auf einen Worry wieder zurück. Und hier habe ich jetzt ein paar Marken noch gefarmt. Jetzt haben wir hier auch die Aspekt-Marken. Und dann können wir das Ding hier einmal upgraden. Und zwar auf Fünfe. Und dann müssten wir hier auch durch sein mit dem, ähm, Trash-Drop-Gedöns. Jetzt schauen wir mal kurz rein. Amir-Drasil. Äh, Trash-Drop. Da sagt er jetzt 100%. Hier hat er auch keinen Trash-Drop. Denn, warte mal, ich muss das mal kurz updaten. Aber ich glaube, jetzt müssten wir alle Trash-Drops haben. Ähm, wisst ihr jetzt nicht, warum er hier 100% anzeigt und nicht das einfach rausnimmt. Aber es passt. Also, wir haben jetzt die ganzen Dinger. Jetzt kann ich quasi hergehen und die umwandeln. Ich habe hier im Plus noch einen Teil gekriegt. Das können wir vielleicht auch nochmal upgraden. Ähm, um dann dementsprechend vielleicht auch nochmal einen T-Mark mit rauszukriegen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal hoch. Das ist auch ein Kopfteil. Das brauchen wir nicht. Gut. Dann kommen wir jetzt zum guten Schluss noch zum Katalysator. Jetzt packen wir die Sachen dann mal noch rein. Also, was hat mir hier den Kopf, ne, den ich upgradet habe? Da gibt es dann noch ein schickes T-Mock-Teil. Und zwar vom Mythic-Set. Eins habe ich halt ja schon über die Schuhe. Und ich glaube, der Umhang, den ich jetzt da aus dem Plus gekriegt habe, der bringt mir tatsächlich auch noch was. Also, hat sich das auf jeden Fall doppelt gelohnt. Und ja, ähm, damit sind wir jetzt soweit durch. Wir tragen jetzt noch alles hier fertig aus. Also, jetzt haben wir quasi das auch fertig. Und dementsprechend, ähm, sind es jetzt aktuell nur noch die Gefechtskeule. Und, ähm, ein paar Items aus dem Vault. Das sind vier Items aus dem Vault. Plus die Gefechtskeule sind fünf quasi in-game. Und, ähm, mit allen Removed-Items sind es 71. Aber, wie gesagt, die meisten von den Removed-Items sind leider nicht mal im, ähm, im Auktionshaus irgendwo. Also, da ist jetzt aktuell tatsächlich nur eine Hand voll noch offen. Ich glaube, wir können jetzt mal hart auch noch in WoW Think reingucken. Da sehen wir es, denke ich, mal ein bisschen genauer. So, jetzt hat es hier WoW Think einmal geladen. Und ihr seht jetzt die Items, die mir jetzt aktuell noch fehlen, ähm, komplett EU-weit, ne? Alle Auktionshäuser. Und, ähm, da sind jetzt halt hier eins, zwei, drei, vier aus Dings drin. Aus dem Vault. Und dann müsste hier die Gefechtskeule sein, ne? Aktuell ist es bei 1,3 Millionen. Ich habe es verpasst, die für, äh, 600.000 zu kaufen. Da habe ich es mir ein bisschen überlegt, ne? Und sonst sind ein paar Removed-Items noch drin, ne? Also, diese ganzen, das sind alte Cutter-Craft-Items. Und das sind hier so ein paar Hemden, glaube ich, aus dem Startgebiet. So ein, ähm, Umhang, der ist auch Removed, ne? Und hier die Elementar-Irgendwas-Klinge. Also, die paar Items sind drin. Aktuell 18. Das, äh, fluktuiert natürlich immer auch ein bisschen. Manchmal, ähm, packen dann Leute noch ein paar mehr Items rein. Aber ja, aktuell ist es nicht mehr sonderlich viel. Mal gucken, ob ich jetzt hier mir noch die Vault-Items demnächst mal kaufe. Aber aktuell sind die noch relativ teuer, ne? Vielleicht das hier für 240. Naja, aber über 200k für non-removede Items will ich eigentlich nicht ausgeben. Jutti. Aber, dann sind wir damit tatsächlich auch durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern beim nächsten VS-Video wieder. Euer Tillar. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.